hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute möchte ich mit euch über ein buch bzw über eine reihe sprechen die mich sehr sehr berührt hat und über die ich einfach jetzt absoluten redebedarf habe ich habe ja bereits von der autorin ein book talk video gemacht zu rarity es geht nämlich um colin huber und irgendwie habe ich das gefühl dass ich nach einem ihrer bücher grundsätzlich das bedürfnis habe darüber zu sprechen und das in enorm großem ausmaß wie ich es bei anderen büchern tatsächlich noch nie erlebt habe jetzt mal shadowhunters und harry potter und sowas außen vor das sind ja all time favorites die zählen ja nicht aber wenn ich jetzt wirklich zurückdenke hat es in den letzten zwei drei jahren neben colin huber nur eine autorin geschafft mich wirklich so zu berühren dass ich wirklich noch wochen danach über dieses buch gesprochen habe und das war emma scott aber um die soll es heute nicht gehen denn ich möchte mit euch über nur noch ein einziges mal bzw nur noch einmal und für immer sprechen den zweiten band habe ich jetzt nicht zur hand deshalb muss jetzt stellvertretend band 1 herhalten ich habe das buch jetzt im märz gelesen wie er es an meinem lesion hat vermutlich schon gesehen habt da habe ich auch schon ein paar worte darüber verloren aber alles zu sagen was ich zu diesem buch oder zu dieser reihe zu sagen habe hätte einfach den lesemonat gesprengt deshalb gibt es heute dieses gesondertes die video ich sag es gleich schon mal vorab ich werde dieses video nicht spoiler frei halten das ist in dem format auch gar nicht möglich ich möchte ja über geschehnisse im buch mit euch sprechen möchte mir die von der seele sprechen und das würde gar nicht funktionieren wenn ich es spoiler frei halten müsste wäre das buch beziehungsweise die bücher noch nicht gelesen hat sollte und noch vor hat so sollte das video vielleicht dann lieber nicht schauen und es sich speichern um es danach zu schauen fangen wir vielleicht erst mal damit an um was es in der reihe geht wir begleiten lily sie hat am anfang von buch ihren vater verloren und der leser bekommt dann aber direkt schon mit dass sie mit ihrem vater kein gutes verhältnis hatte das war für mich aber schon ein sehr krasser einstieg weil man quasi direkt bei der beerdigung des vaters so gesehen einsteigt und das finde ich halt als erstes kapitel oder die ersten zwei kapitel schon sehr sehr stramm aber man versteht auch sehr sehr schnell warum dieses verhältnis so angespannt war und auch das verhältnis zur mutter wegen des vaters nicht so gut war lilys kindheit war halt viel durch gewalt geprägt ihr vater hat getrunken und hat dann wegen nichts und wieder nichts ihre mutter geschlagen die treppe runter geschubst verprügelt etc an lily hat er sich nie vergangen bis zu einem gewissen tag an dem das dann erstmal aus versehen auch passiert ist aber man hat richtig gemerkt dass er keinerlei reue zeigt natürlich konnte lily dann auch nicht mit jemandem drüber sprechen und deshalb hat sie angefangen briefe an ellen de generous zu schreiben das fand ich mega witzig weil ich ellen oder die ellen show auch total unterhaltsam finde und eines tages zieht im nachbarhaus ein junge ein und er zieht nicht einfach nur mit seiner familie ein nein er ist komplett allein das haus steht schon seit zwei jahren leer und er haust da irgendwie drin lily spricht ihn dann halt irgendwann an und die beiden lernen sich kennen es entsteht eine wunderschöne freundschaft und das ist alles so die geschichte ihrer vergangenheit das buch springt dann auch immer hin und her zwischen aktuell sprich der vater ist gestorben und vergangenheit was ist damals alles geschehen in der gegenwart lernt sie einen anderen mann kennen nämlich ryle und das am tag der beerdigung das ist so der startpunkt von lillys und riles geschichte sie verlieren sich dann wieder aus den augen und lilly zieht ihr ding durch macht ihren eigenen blumenladen auf und trifft dann durch einen wirklich verrückten zufall wieder auf ryle die beiden lernt sich besser kennen werden ein paar und alles sieht super duper schön aus und ja bis sie atlas per zufall auch wieder begegnet und da zeigt ryle auf einmal dass mehr hinter ihm oder in ihm steckt als dieser liebe charmante gutaussehende mann als den wir ihn kennen lernen und ganz ehrlich auch lieben lernen ja lilly hat es tatsächlich geschafft an einen mann zu geraten der genau wie ihr vater gewalttätig ist und am anfang ist es vielleicht nur eine ohrfeige oder ein leichtes schubsen nenne ich es jetzt einfach mal aber die vorfälle häufen sich und meistens hat es etwas damit zu tun dass er eifersüchtig ist oder einmal hat ist auch nur gerecht dass lilly lacht und diese ganze thematik war für mich so schwer zu lesen aber gleichzeitig auch so faszinierend zu lesen colin schafft es immer wieder mich emotional so zu packen dass ich wirklich das gefühl habe dass ich über lilly und ryle schwebe und das ganze beobachte ich habe mich selbst dabei ertappt wie ich zwischendurch immer gedacht habe mädchen gehen und zimmer dem eine aber sie hat es halt einfach nicht getan sie hat alles mit sich machen lassen und das schlimme daran ist einfach dass es in der gesellschaft so ein großes thema ist das häusliche gewalt überall und immer wieder passiert und die betroffenen es wie lilly machen und ist sich schön reden lily hat nämlich als das mit ihr auch geschehen ist realisiert dass ja das leben wie oder das verhalten ihrer mutter gar nicht so abwegig ist man liebt diesen menschen der einem aber weh tut der einen schmerzen bereitet und redet es sich quasi noch schön ach ja der war halt wütend ach ja ist ja nichts passiert bin ja nur die treppe runter gefallen aber das ist halt einfach weil man diese rosa briller hat weil man diesen menschen liebt und weil man sich nicht eingestehen möchte dass dieser mensch nicht gut zu einem ist dass dieser mensch einem nicht gut tut und das war wirklich sehr hart zu lesen weil man am anfang so eine wut auf die mutter hatte und als es dann lilly passiert ist hat man selbst bei sich so gedacht ja wir haben jetzt das leben mit ryle kennengelernt und es ist wirklich so dass man sich selbst als leser einspricht okay das war jetzt vielleicht eine einmalige sache schwamm drüber und gut ist aber das ja ist einfach dieses dieses colin huber ding dass die einen so emotional mitnimmt dass man das gefühl hat dass man das selbst erlebt dass man das selbst fühlt dass es einem selbst schlecht geht ich lag an manchen abenden im bett ich habe es so über vier fünf abende hinweg gelesen band 1 und dachte mir so ich kann jetzt nicht schlafen ich bin jetzt viel zu aufgewühlt von diesem buch ich musste mir dann tatsächlich noch entweder ein hörbuch an machen oder eine serie gucken an im einen habe ich noch eine serie guckt einfach um von diesem buch runter zu kommen und das ist eigentlich schon ein sehr großer pluspunkt oder ein großes kompliment dass ich nicht ganz so oft verteile ohne jetzt zu viel zu verraten aber wenn in band 2 die geschichte von lilly und atlas weitergeht wird er wohl im laufe des buches noch eine größere rolle spielen und er ist so quasi so ein bisschen der anker der lilly die augen öffnet um sich von ryle zu trennen es gab dann nämlich noch einen wichtigen indikator der in ihr leben gestolpert ist nenne ich das einfach mal so sie wurde nämlich schwanger und selbst als sie schwanger war hat ryle die hand gegen sie erhoben und da war dann der punkt erreicht wo lilly sagte okay ich kann so nicht ich will so nicht und flüchtet sich zu atlas und ich glaube auch tatsächlich dass sie wenn atlas nicht gewesen wäre noch viel viel länger gebraucht hätte um sich wenn überhaupt aus diesem konstrukt aus dieser ehe zu befreien atlas ist einfach so ein totaler ruhepol ich habe mir zwischendurch auch ganz oft selbst gewünscht so den atlas zu haben weil er einfach so vom grunde seines herzens einfach nur gut ist er hat zwar auch seine ecken und kanten aber er ist einfach so grundgut wie meine liebe karin sagen so herzenswarm atlas ist einfach ein ganz ganz toller charakter und deshalb bin ich auch sehr froh dass colin hoover diese geschichte fortgeführt hat in nur noch einmal und für immer dort geht es nämlich dann weiter mit lilly und atlas quasi das leben nach der beziehung mit ryle wie es weitergeht wie sie sich entwickelt hat sie war dann alleinerziehende mama und und das muss ich sagen hat mich persönlich noch viel viel mehr gecatcht ich habe band eins geliebt aber durch dieses alleinerziehenden ding habe ich ja band zwei noch viel 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 mehr gefühlt man hat es nicht wie in anderen büchern verschönigt bekommen nein man hat so richtig den alltag einer alleinerziehenden mama gespürt und ich muss jetzt mal sagen ohne jetzt irgendwie zu sagen ich bin so arm oder so aber ich muss sagen lilly ist selbstständig sie macht ihren eigenen blumenladen damit habe ich mich identifizieren können weil ich ja auch nebenher noch meinen eigenen laden habe dann alleinerziehend kann ich mich auch damit identifizieren dann die frage wie kriege ich mein kind durch das ist halt immer so eine komplett präsente frage in deinem kopf da macht man sich halt auch so seine gedanken und lilly auch wenn der blumenladen nicht mehr funktioniert wie kriege ich das gestimmt man muss auch sagen dass das verhältnis zu ihrer mutter im laufe des ersten bandes schon deutlich besser wurde nachdem ihr vater eben nicht mehr da war und das verhältnis hat sich in band 2 noch mal verbessert so dass sie eben auch auf ihre mutter zurückgreifen konnte um die kleine zu betreuen und dann hat sie natürlich noch die schwester von ryle die ja auch bei ihrem blumenladen gearbeitet hat und ihren mann und deren tochter wo sie dann auch die kleine mal hingeben kann das ist schon gold wert also ich habe sie da zwischendurch immer mal wieder beneidet dass sie einfach so viele möglichkeiten hat dass sie weiß da kann das kind jederzeit hin wenn du halt eine berufstätige mutter hast ist das halt etwas komplizierter sagen wir es mal so um so mein persönliches ding noch mal mit reinzubringen band 2 dreht sich dann wirklich hauptsächlich um die entwicklung von lillys und atlas beziehungen die beiden sind seit ihrer kinderzeit viel erwachsener geworden jeder hat so sein päckchen zu tragen jeder hat seine verpflichtungen seine verantwortung und es einfach so schön gewesen zu sehen wie atlas sich immer noch wie früher liebevoll um lilly kümmert er hilft er da wirklich durch schwere zeiten hindurch ich meine die zwischen den bänden zwischen ende von band 1 und band 2 liegen ich glaube elf monate lie hat sich auch schon ihr eigenes ding wieder aufgebaut ihren alltag mit kind und atlas ist da jetzt quasi nicht der der sie rettet oder so sondern er ist einfach derjenige der leben bereichert und das fand ich einen wunderschönen gedanken und atlas ist mittlerweile eben auch kein obdachloser jugendlicher mehr sondern hat sich auch etwas aufgebaut er hat mittlerweile ich glaube zwei restaurants ich weiß nicht ja zwei restaurants die auch gut laufen und hat dann eben auch noch sein eigenes päckchen zu tragen weil er erfährt dass er einen bruder hat und ja dem hilft er so ein bisschen unter die arme damit der nicht das gleiche schicksal erleiden muss wie es ihm geschehen ist und auch dieser story strang war einfach nur wunderschön weil dieser junge auch einfach so ein herzensguter junge war man lernt ihn erst als kleinen rebell und vandalen kennen aber später entwickelt er sich zu einem richtig tollen jungen und die vier sind so eine richtig schöne patchwork familie und da finde ich auch besonders toll dass colin das nicht verschönigt hat sondern auch gezeigt hat was so die schattenseiten von sowas sind da gibt es halt immer mal irgendwo einen ex partner da gibt es halt in atlas fall die mutter die sich schon um ihn nicht gekümmert hat und nach dem zweiten sohn eigentlich auch nicht fragt und nur hinterm geld her ist jede patchwork familie hat auch seine päckchen zu tragen und seine probleme an denen sie arbeiten muss von daher glaube ich tatsächlich dass das das ist was mich bei colin hoover so enorm catcht das ist nicht rosa blümchen schmörterlinge und alles ist supi dupi wie es in vielen new edit romanen eben am ende einer geschichte ist die beiden protagonisten haben sich gefunden und lieben sich für immer und ewig rosa wolken etc sondern colin schreibt sehr sehr realitätsnah und hinterfragt halt auch was passiert nach dem happy end und genau das ja haben wir in band zwei erlebt und ich persönlich würde ich persönlich würde es auch sehr willkommen heißen wenn wir irgendwann noch einen dritten band lesen würden ich glaube zwar nicht dass das passieren wird weil doch die größten fragen jetzt abgedeckt sind aber es wäre tatsächlich sehr schön zu lesen ich persönlich würde mir einen roman wünschen wenn emery ein bisschen älter ist und colin etwas dazu erzählt wie emery's verhalten als kind teenager zu ihrem vater ryle ist nur so als kleine anmerkung ich glaube nicht dass colin hoover mein video sehen wird aber das wäre sehr sehr schön einen punkt möchte ich natürlich auch noch erwähnen der ja meiner meinung nach sehr wichtig ist zu erwähnen colin hat das gleiche erlebt wie lily also es heißt es nicht dass lily colins leben widerspiegelt aber sie ist halt auch in einem haushalt groß geworden wo der vater gewalttätig war und ihre mutter hat es geschafft sich davon zu befreien und ich glaube das buch ist auch so ein bisschen so ein danke an ihre mama und das fand ich auch einen wunderschönen gedanken und den wollte ich auf jeden fall mit euch teilen und was ich auch denke was ich erwähnen muss ist dass dieses buch so realitätsnah geschrieben ist dass es natürlich eine triggerwarnung braucht wenn jemand von der thematik betroffen ist ist natürlich auch schwer über sowas zu lesen aber ich denke auch das buch ist so geschrieben dass es dem ein oder anderen vielleicht auch helfen kann bei der bewältigung solcher themen oder einfach realitätsnah gezeigt bekommt dass es auch funktionieren kann sich aus so einer situation zu befreien und der hund macht mich gerade wahnsinnig mit seinem getippel es tut mir leid wenn es jetzt im hintergrund die ganze zeit klackert aber sie weiß einfach nicht wo sie sich hinlegen soll da steht ein körbchen da steht ein körbchen hinter mir ist eine couch und sie weiß einfach nicht wo sie hin soll dann komm hoch hopp story of my life ich sag's euch ich wohne hier im irrenhaus ja sie war gerade was trinken und jetzt putzt sie sich ihren mund auf der couch haben wir es jetzt sagst du noch mit mir zusammen tschüss ja das war nämlich so mein schlusswort mehr wollte ich euch gar nicht erzählen ich lege euch das buch wirklich sehr sehr ans herz ich hätte nicht gedacht dass mich die reihe so catcht aber ich glaube tatsächlich dass die reihe ein all time favorite bleiben wird weil ich einfach total fasziniert von dieser reihe bin und es ist genauso wie bei emma scott's for all right now das hat einfach einen platz in meinem herzen und diese reihe hat den mittlerweile genauso weil ich seit wochen über dieses buch nachdenke und das bedeutet einfach dass ich es wahrscheinlich noch sehr sehr oft lesen werde und dementsprechend wird es auch nie nie niemals mehr hier ausziehen wer jetzt immer noch sagt hm ich weiß nicht ich bin trotzdem immer noch nicht so ganz überzeugt auch wenn du sagst das buch ist toll und jeder muss es gelesen haben habe ich da einen vorschlag schaut einfach mal in die infobox rein da ist ein link zu next story das ist ein hörbuch anbieter und da gibt es das buch auch zum hören mit meinem link da unten könnt ihr nämlich 30 tage kostenlos testen und könntet vielleicht mal in das buch oder in band 2 reinhören nur so als kleiner tipp von mir das war es jetzt nämlich auch von mir ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen tag schreibt gerne in die kommentare was ihr zu der reihe zu sagen habt oder schreibt mir bei instagram oder 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 das war es jetzt von mir ich wünsche euch noch einen wundervollen tag schreibt mir gerne eure meinung in die kommentare und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder tschüss